Der weise Uhu Theodor ist mit seinem Freund Uwe auf Entdeckungsreise durch Lahnstein. Sie stehen gerade vor dem alten Rathaus und ruhen sich im Schatten des Marktbrunnens ein wenig aus. Sag mal, Uwe, weißt du eigentlich, was ein Bulles ist? Will Theodor wissen. Ein Bulles? So ein komisches Wort habe ich ja noch nie gehört, antwortet die kleine Smaragdeidechse. Also, das ist so, erklärt der Uhu. Der Bulles befindet sich hier im alten Rathaus. Früher war nämlich auch die Polizei hier untergebracht. Und wenn dann ein Bürger der Stadt etwas angestellt hat, dann steckte ihn die Polizei in den Bulles. So nannten die Lahnsteiner ihr Gefängnis. Aber hier war nicht nur das Gefängnis. Auch die Feuerwehr hatte Räume für ihre Geräte und für den Nachtwächter der Stadt war auch ein Zimmer da. Außerdem lagerten auf dem Speicher Getreide, das die Bürger als Pacht- und Zinsabgabe an die Stadt gezahlt hatten. Dann war das ja ein ganz wichtiges Gebäude in der Stadt, sagt Uwe begeistert. In der Tat. Entgegnet Theodor und die beiden ziehen weiter, um viele andere spannende Orte in Lahnstein zu entdecken. Dann war das ja ein ganz wichtiges Gebäude in Lahnstein zu entdecken.